Hallo, mein Name ist Nick Geglinger und vor drei Jahren habe ich die Schule abgebrochen. Aber spulen wir ein Jahr zurück, was es in dem Jahr, bevor ich die Schule abgebrochen habe, überhaupt passiert. Ich war 16 Jahre jung, kurz bevor ich 17 wurde und bin auf ein YouTube-Video gestoßen, das YouTube-Video von Gerald Hörn, in dem er darüber gesprochen hat, warum arme Menschen arm sind und reiche Menschen reich sind. Dieses Video war das erste Video, was mein Denken ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt hat, weil ich habe zu den Menschen gehört, die nicht gern gelernt haben, die nicht gern in der Schule waren, nicht gut aufgepasst haben, aber eine Sache konnte ich gut. Ich konnte kreativ denken und ich konnte viel reden, ich konnte Menschen begeistern, aber ich wusste nicht, wie ich diese Fähigkeiten nutze oder dass es überhaupt positive Fähigkeiten für mich sind, weil alle Leute gesagt haben, du redest wie ein Wasserfall, dass ich das nutzen kann, um viele Menschen zu inspirieren und daraus eine neue Berufung zu kreieren für mich. Ein Jahr später, beziehungsweise im Laufe dieses Jahres, habe ich eine Möglichkeit für mich kennengelernt, mit der ich selbstständig von zu Hause aus arbeiten kann und machen kann, was ich will. In diesem Jahr hatte ich aber große Probleme. Ich hatte ein großes Problem, irgendwie Fuß zu fassen, zu wissen, was ich zu tun habe, wie ich das Ganze zu tun habe und habe über das Internet Mentoren gefunden. Menschen gefunden, auf YouTube Kurse gefunden im Internet und Veranstaltungen von Menschen, die mir gezeigt haben, was ich machen kann und wie ich das Ganze machen kann. Ich habe es geschafft, die Dinge schnell umzusetzen und noch viel schneller daraus Umsatz zu generieren, der dafür gesorgt hat, dass ich die Schule vorzeitig beenden konnte, anderthalb Jahre später. In der Zeit habe ich mittlerweile über 20 Länder bereist, mehr als 300 Veranstaltungen abgegeben, dort gesprochen und mit Menschen meine Strategien geteilt, rund um Social Media Marketing, Mindset und Business Aufbau. Ich weiß, ich bin relativ jung, weil ich bin erst 21 und ich weiß, es ist schwer, vielleicht dem Ganzen irgendwie Glauben zu schenken, aber du wirst in den Aufnahmen in diesem Video sehen, was ich mache und das schon seit über vier Jahren. Die Schule abzubrechen war für mich definitiv die beste Entscheidung, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, frei zu sein, das zu tun, was ich will, wie ich das Ganze möchte. Und weil ich ganz genau weiß, dass es vielen Menschen wie mir da draußen geht, die nicht wissen, was sie tun sollen, wie sie das Ganze tun sollen und was sie überhaupt hier auf diesem Planeten sollen und ich aber schon Antworten auf diese Fragen gefunden habe, möchte ich dir, egal ob du jung oder alt bist, einfach zeigen, was ich mache, wie ich das Ganze mache und du kannst mich dabei begleiten, Inspiration suchen für dich und schauen, wie du daraus dein eigenes, kleines Kunstwerk und Meisterstück erstellst. Weil mittlerweile sind es über 10.000 Menschen, die mich begleitet haben in meinen Online-Kursen, in meinen Programmen, auf der Bühne und überall anders. Und meine Passion, meine Vision ist es, über 100.000 bis zu einer Million Menschen über Videos, über Kurse, Programme und Veranstaltungen einfach zu zeigen, dass man auch in jungen Jahren was Eigenes kreieren und schaffen kann. Und dass in der New Economy und zwar mit Social-Media-Marketing einiges möglich ist. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß dabei, auf meinem YouTube-Channel und überall anders aus Social Media mir dabei zu folgen, zuzusehen, was ich mache, wie ich das gemacht habe. Und film ab dafür, dass du siehst, was ging in den letzten drei Jahren bei mir ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.